So, da sind wir wieder bei Sulmatul und wir werden ihm jetzt hoffentlich all die Gegenstände präsentieren, die er benötigt, um uns zu glauben, dass wir die... I can spare a few moments if you care to talk. Natürlich. Wenn du mir die drei Gegenstände des Kriegers besorgt hast, kann ich mit dir weiter über die dritte Prüfung sprechen. Dann machen wir das doch mal. I am impressed. Ich bin beeindruckt. The three tokens you have brought me. Diese drei Gegenstände hast du mir gebracht. You may keep them. Du darfst sie behalten. You have passed the warriors test. Du hast die Prüfung des Kriegers bestanden. And I will give you the secret of the third chair. Und ich werde dir das Geheimnis der dritten Prüfung offenbaren. In caverns dark Azuras eye sees. In dunklen Höhlen sieht Azuras Auge. And makes to shine the moon and star. Und lässt den Mond und Stern leuchten. Das ist die dritte Vision. Das ist die dritte Vision. And you must go to the cavern of the incarnate. A place sacred to Azura. Und du musst zu der Höhle der Inkarnation gehen. Ein Ort, der für Azura heilig ist. And look for the moon and star. Und nach dem Mond und Sternen Ausschau halten. The secret of the cavern of the incarnate is set in a riddle. Das Geheimnis der Höhle der Inkarnation ist in einem Rätsel verborgen. Wie auch immer. The eye of the needle lies in the teeth of the wind. Das Auge der Nadel liegt auf dem Zahn des Windes. The mouth of the cave lies in the skin of the pearl. Äh, ich wollte gerade Maus sagen, aber das ist natürlich Blödsinn. Äh, der Mund der Höhle liegt in der Haut der Perle. The dream is the door and the star is the key. Der Traum ist die Tür und der Stern ist der Schlüssel. This riddle is wisdom's test. Dieses Rätsel ist Test der Weisheit, ist die Prüfung der Weisheit. Take counsel on the wisdom of the tribes and you shall find a way. Ähm, beratschlage dich mit der Weisheit der Stämme und du sollst den Weg finden. Seek the cavern of the incarnate. Gain the moon and star and bring it to Nibani Maeser. Suche die Höhle. äh... Der Inkarn... Des Inkarnaten. Also der Inkarnation. Ähm, also desjenigen, der die Inkarnation ist. Renkan. Ach egal. Äh... Gain the moon and star and bring it to Nibani Maeser. Äh... Besorg dir den Mond und den Stern und bring es zu Nibani Maeser. Take with you my blessing and the blessing of our tribe. Malipu Atamans Gürtel. Mein Journal wurde aktualisiert und Malipu Atamans Gürtel wurde zu meinem Inventar hin zugefügt. Weeeeeey... So, wie steht der jetzt zu mir? Immer noch. Seek the cavern of the incarnate. This is the wisdom's test. Bla 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 bla. Ja, das war ja klar. So, ein... Wo hab ich denn diesen Gürtel jetzt? Da. Okay. Und der andere Gürtel ist... Eine exklusive Robe. Mit dem Handeln kann ich natürlich nicht. Kann ich irgendwas essen. Was vielleicht ein bisschen was wiegt. Oh ja, das... Kein Effekt. Gut. Dann gehe ich mal wieder nach draußen. Und da draußen... Ich sollte eigentlich jetzt unbedingt mal einen Händler aufsuchen. Aber ich will erst zu Nibani Maesa gehen. Damit... I'll give it a try. I'll give it a try. Welcome, favorite guest. My your and heart are yours. Willkommen, mein sehr verehrter Gast. Mein... Mein... Meine... Hütte... Und mein Herz... Sind... Dein. Sind... Dein. Sei relativ gut auf mich zu sprechen. So... So... Ich soll dein Wegweiser sein zu den sieben Prüfungen auf dem Pfad des Nerevarin. Frage und ich soll antworten mit dem Segen von Asura. So, dann gibt es hier irgendwo Cavern of... Nee, aber vielleicht Third Trail. Zulmatul hat dich gesandt die dritte Prüfung zu finden. Er hat dir von dem Schrein... ...zu Asura oder Asuranischen Schrein berichtet, welche die Höhle der Inkarnation genannt wird. Ich kann dir nicht erzählen, wie du diesen Ort finden wirst. Aber er hat gesagt, dass du die Weisheit der Stämme suchen kannst. Und die Weisheit der Weisen, äh, der Weisen, äh, der Weisen, ja, der Weisen, der Weisen, mit einem S, ne? Der Weisen, der Weisen Frauen kann ich mit dir, äh, darf ich mit dir teilen. Vielleicht kann das, was ich weiß, dir mit diesen Zeilen des Rätsels helfen. The Star is the key, and their dream is the door. The Star is the key. Ah, the Star is Asura. Asura's stars appears in the sky, only in the magical hour between day and night, at dawn and twilight. ...so... ...so... ...ah, der Stern ist Asura. Asura's Stern erscheint im Himmel nur zur magischen Stunde zwischen Tag und Nacht. ...zu, äh, at dawn, also beim Sonnenuntergang? ...schau, umheilend dem Sonnenuntergang? Keine Ahnung... ...so... ... empowerlos, umheilendale Tü Sketsch 읽ete? ...at Sir however the time will tell us, oder? ...und Zwielicht. ...und Zwielicht. ... ...was auch immer Zwielicht ist sooo? ...denn frage ich doch hier nochmal nach ... ...ne? The Dream is the door. You say the star is the key? Asura's star. Denn die Tür ist nur gesehen als dawn und dusch. und so weiter und so fort jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht wo ich quasi die anderen stämme findet ich schätze ich muss jetzt mal quasi die anderen die anderen stämme aufsuchen um dann dort zu finden was ich suche ich bin gerade voll neben der spur ich glaube ich darf ich glaube ich gehe jetzt erst mal nach ich glaube ich ich glaube ich pilge jetzt erst mal nach balmora um in balmora etwas ballastlos zu werden einfach um ein bisschen ballastlos zu werden ich kann nicht glauben nein ich denke nicht dass ich jemals ein red guard mit so einem grandiosen ausfüllen gesehen haben zeit einiger zeit kann ich dir helfen ich würde gern mit ihr handeln und war ja eigentlich nicht eigentlich würde ich gern aber egal so schauen wir mal was wir ihm so alles verkaufen können diese ortkammer waffe der hat 700 er gibt mir doch eh nicht mehr als 700 dafür 880 okay würde er mir schon geben oh 1400 oh 1400 okay das ist einfach nur blödsinn den kann ich ihm geben diese exklusive robe eigentlich nicht ich habe gar nicht so viele waffen der hat nur waffen ne und verschiedenes magie hat er nicht und ach Apparel hat er auch ein Towershield das heißt ich kann ihm auch Klamotten verkaufen habe ich eigentlich irgendwelche Klamotten die ich ihm verkaufen kann irgendwie habe ich das Gefühl dass diese Gürtel besser ist ja schon ein bisschen wobei der andere halt heilt so und der Schild könnte ziemlich cool sein aber den will ich jetzt auch gerade nicht loswerden was ich hier vielleicht noch verkaufen könnte na 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 ja komm was soll jetzt guck gepfiffen jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen weniger Inventor ähm da wollte ich hin ich bin ja gar nicht in Aldrun äh Aldrun ich bin in Gnosis ich dachte ich komme nach Aldrun naja egal ich werde hier trotzdem nach Balmora kommen denke ich so ich würde gerne reisen und zwar Seydanin ist auch nicht schlecht da gibt es diesen wie heißt der genau der eine super Beziehung zu mir hat das heißt ich kann ihm ein Zeug teuer verkaufen so und im Hintergrund hören wir schon wieder meine Lieblings Morrowind Musik was ich sehr sympathisch finde muss ich sagen ich bin ja 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 ich bin ja